Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Dirndl und Lederhosen bestimmten am Freitagabend das Bild in den Straßen und Gassen in Oberfell. Der Junggesellenverein hatte im Rahmen des Junggesellenfestes zur Oktoberparty eingeladen. Unter dem Motto Oberfell rockt Bayern wurde bis in den frühen Morgen gefeiert. Die Band Bayernman machte Stimmung und das Junggesellenfest zu einem besonderen Erlebnis. Vier Jungs, ein Mädel und ein Partyprogramm der Extraklasse ließen die Mosellerhalle erbeben und brachte Stimmung unter die Gäste. Seit 25 Jahren gibt es in Oberfell das Junggesellenfest. Warum es so heißt, dafür hat der erste Vorsitzende Martin Thelen eine individuelle Erklärung. Ja, Junggesellenfest heißt es, weil der Junggesellenverein das Fest ausrichtet. Junggesellenverein heißt, wir sind die Leute, die noch feiern wollen, die noch nicht vergeben sind, noch nicht verheiratet sind und dementsprechend auch noch gut Gas geben können. Und deswegen Junggesellenfest. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.